Ich habe nicht damit gerechnet, absolut nicht. 120 Folgen, Final Fantasy. Davon einige musste ich verwerfen wegen den scheiß Ton, wegen dieser scheiß Soundkarte. Das Ende. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Es geht weiter. Es geht weiter. Ich drücke nochmal einen Tee. Damit ich nachher nicht schlafen kann, sondern eher auf der Toilette übernachte. Okay, weiter, weiter, weiter. Ich wünschte. Ja, ich weiß. Viel Glück. Okay, da wollen wir mal. So, wollen wir mal überspringen? Ich habe nicht so viele Stunden da reingespielt. Ist nicht normal. Wollte ich ja gar nicht. Ja, auf dem Weg zum Thron. Ich muss ja mal ein Fenster zu machen. Ich fahre mal so eine Sauwärme durch den Rechner. Endlich. Bin ich zurück. Und trotzdem musste ich wieder gehen. War ein langer Weg, aber Ich bin jetzt so weit. Ich danke euch. Luna. Jungs. Vater. Unsere Erinnerungen geben mir Kraft. Könige von Lucis. Komm zu mir. Wauw. Das ist ein Anblick. Das ist ein Anblick. Das ist ein Anblick. Ah, das ist olar. Für mich ist ein Anblick. Das ist ein Anblick. Bis zum Een decideung. Die H bucket. Äh. Wird das überleben oder wird das nicht überleben? Aber ein bisschen Knack hat eine ganze Zeit. Ein einfaches von A und N. Das war eine lange Reise. Er wird viele Jahre später wieder tauchen. Der Vater hat vorher schon Bescheid gewusst. Warum müssen die sich immer so schlimm selbst umbringen, um das Glück zu bekommen? Gut, Noctis. Wow. Ein Noctis im Nano-Universum der Galaxie der Toten. Nur noch der Ring flieht irgendwo herum. Oder der. Nicht nur ein Tod hat man vorhin Ruhe. Was sagen die denn? Die alle tot? Okay. Oh, ich glaube das Böse wird gerade aus dem Raus getrieben. Oh, ich bin hier wieder dran. Die Böse wird gerade aus dem Raus getrieben. Oh, ich bin hier ein wieder unfavor. Gute Kane. Ich bin hier zu kurz. Ich bin hier движengeschätzter aufgerüstet. Das wäre beforehand anos suivre, wie wir ihrer Gl shrine fühlen. Und das ist gar nicht so ange Alcohol gekommen. Das ist ja noch nicht mal ein Mix. Und er auch. Da ist Platz hin und flunter. Der Ring bleibt wieder im Kristall. Der Ring kann sogar reden. Endlich. Das war der Endkampf. Kommt noch wieder was. Kommt wieder was auch nicht. Wow. Okay. Genug, genau. Ja, ja, klar. Was ist los? Das ist ein Bild. Unglaublich. Willkommen im Leben. Prinz Noctis. Wir sind zu schnell gefahren. Aber wenn es doch so einen Spaß macht. Ein schöner Einstand jedenfalls. Ach komm, Gladio. Was denn? Das schaffst du auch alleine. Von wegen. Als würden wir einen Unterschied machen. Prompto. Finger an die Karre. Ihr solltet euch den Atem sparen. Und du mit mir tauschen, Ignis. Du warst doch gerade erst im Wagen. Ja, genau. Ich bin der Nächste. Hörst du? Ich bin der Nächste. 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Jeder Meter ist einer zu viel Hey, nicht schlapp machen Sklaventreiber Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020